Das Problem ist, meine Paysafe-Karte ist nicht mehr das drauf, was ich hatte. Ich habe ziemlich noch was geholt. Ich hatte mich noch 2 Euro drauf und damit hätte ich mir noch mal einen Schlüssel holen können, um mal zu testen, was man so in der ersten Kiste am besten. Nur Champions 1 oder auch Champions 2 Kisten? Nur Champions 1. Boah, du hast aber echt noch die bessere Kiste bekommen. Boah, Champions 1 Kisten. Achso, ich merke, dass jetzt nicht dafür spielen ranked. Nee, ein bisschen ausprobieren, ne? Ein Platz, oh lol. Schön. Ja, hätte ich doch das Auto nicht wechseln müssen. Der Wend ist mir noch viel zu geil, wir haben vorhin 3 gegen 3 gespielt. Also Rumble. So, äh, intern. Da hätte ich schon mehr Wasser dabei, Oli. War hier schon immer Regen? Nee, hier ist neu, ne? Das mit Regen? Hier ist neu, ja. Ja, ich würde mich schließen noch dazu gekommen. Schön, dass mein Arsch dreht. Fuck. Oh lol. Oh lol. Weil wir hatten grad hier geswappt von euch beiden. Ich nicht. Und dann war's der Gegner. Und dann war's der Gegner. Wie war der Gegner grad geswappt in der Zeit, wo ich ihm den Tobobus gegeben hab. Da hast du wahrscheinlich ein neues Auto. Weißt du, ich hab vorhin mit ein paar Leuten gespielt, das waren zwar englischsprachige, aber die meinten das lohnt sich schon. Also die zwei Autos sind zumindest schon mal ziemlich geil. Ich find die, äh, die in den Kisten sind ziemlich geil eigentlich alle. Ja. Die Frage ist nur halt, wie viele Kisten haben die halt schon geöffnet oder wie viele Schlüsse haben die sich gekauft, um die zwei Autos zu bekommen. Aber an sich find ich's auch an sich gut, weil man dabei auch den E-Spot so ein bisschen unterstützt. Schön. Weißt du, so ist das jetzt, ich find das halt schon egal, dass da ein bisschen was an E-Spots geht einfach. Ja, auf jeden Fall. Einmal kann man's ruhig mal machen, so. Also ich nehme alle Kisten sehr gerne an. Falls die mal richtig sind. Das Stachel. Alter, jetzt hopp. Hau dir rüber. Ha, fuck. Das ist ja recht von der Eif heute her. Oh, Gott. Digga, lauf. Warum bist du so voll der Gejagte? Ich hab, ähm, Spikes. Ja, boah, weißt du mal, man. Ich mach das ganz Sinn. Ah, no. Ich liebe den Enderhaken. Ich hab Spikes, wie gesagt, wenn der Ball mal zu mir kommt, das ist ganz cool. Ich hab Leute da hinten, da kannst du vorhin vielleicht sein. LOL. Da wird mir einfach abgezogen. Wir hatten den Boxhandschuh hier. Ah, jetzt hast du die Spikes nennen. LOL. LOL. Oh, fuck. LOL. Oh, lol, oh, lol, oh, lol, oh, lol. Sorry. Ich hab mich. Hätt mich halt beinahe meine eigene Spucke verschluckt. War nicht cool. Ah, verkackt. Was? Nein, nimmt er mir den runter, da. Nein, nimmt er mir den runter, da. Ich hab auf jeden Fall Boost verteilt. Ja, es ist immer so geil, wenn dann die, äh, der Counter nochmal nach dem Tor runterläuft, dass dann noch alle Effekte so ein Stückchen da bleibt. Das ist von Tornado und so. Cool. Okay, passt. Hoch, 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 hoch. Ja, da kann ich auch nicht mehr ran. Scheiße, ich hätte die Feuer einsetzen. Ja, meine Boxhandschuh habe ich viel zu spät bekommen. Jetzt hätte ich den Interhaken einsetzen müssen. Was? Oh. Wache. Ah, fuck, ey. Gib mir immer den Scheiß Boost. Oh, nice shit. Der Magnet ist aber auch nicht so doll, ne? Der ist eigentlich, ne, der ist nicht stark. Ja. Der ist erst stark, wenn du den Ball beruhigt hast, also ruhig am Boden, dann ist der extrem stark. Dann musst du halt auch erstmal ruhig kriegen, ne? Ach, Mann. Zu flach. Oh, du, oh. Die Erinnerung wird das ja nicht wahr. Sorry, kann nichts dagegen machen. Ja, meh. Ach, schein. Ob der Mann. Hälfte Richtung. Das war für mich nicht so geplant. Alter. Ich werde endlich wieder rumgeboxt. Jawohl. Na klar. Oh. Vielleicht mal aufpassen, wohin ich fahr. Oh, lad. Oh Gott, oh Gott. Ich hab da auch so doof geswappt. 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 Und eine g Constantin. Und jetzt hat mich bleiben lassen. Vielen Dank.